Ja, ähm, ich hab noch ein Spiel neu gestartet. Vielleicht läuft's ja diesmal ohne kratzende Sounds. Ja genau, und hier geht's weiter. Vision 4.1. Ist, ja, nur 4.1. War vielleicht noch ein bisschen behauptet, aber wir werden's dann sehen. Okay, ich erinnere mich an hier überhaupt nicht mehr. Das ist sehr gut, schau mal. Ähm, oh, was ist das denn? Okay, ich glaube, die kann man nur von oben besiegen. Okay, die kann man wahrscheinlich dann auch nicht aufsammeln. Aber ich mag die Musik hier, das kann ich schon mal sagen. Ich mag ja auch, wie die Musik des ganzen Spiels ist, aber das ist auch gute Musik. Kann man nix gegen sagen. Oh, das hat funktioniert. Okay, okay. Ähm, genau, und da komm ich hoch, und... Das ist ein Remix des ersten Liedes, vom ersten Level irgendwie, kann das sein. Interessant. Gehen wir hier rein. Da ist ein Sprecherpunkt, okay. Dann gehen wir wieder raus, und gehen erst nach links. Oh, Moment mal. Das ist interessant. Seht ihr das? Hier ist jemand gelandet. Die Frage ist, wer. So, da haben wir das zweite Puzzleteil auch schon. Scheinbar wird das Level nicht lang gehen, und deswegen werde ich vielleicht doch das nächste Level dann mitnehmen. Passt... Oh, ein großes... Ding. Oh, diese Soundzie ist noch interessant. Moment, war unten nicht noch was? Egal. Was bist du denn? Oh! Oh, okay. Dann hat er ein riesengroßes Grinsen aufs Besuch. Okay, interessant. Interessant, interessant. Mach das nochmal, komm. Und dann. Du bist irgendwie auch süß. Komm. Dieses Grinsen ist einfach. Göttlich. Und dann kann ich hier hin, und dann kann ich, ähm... Da oben, und dann kann ich... Über dich. Durch, nämlich... Oh, das ist... Okay, Moment. Wie komme ich da unten an das Ei? Aha. Ich bin zweimal gesprungen. Like a pro. Oh, eine Goldbunz. Was macht die da? Sind so zwei Leben, oder was? Das könnte theoretisch möglich sein. Behaupte ich. Und dann gehen wir natürlich in... ...den Raum hier. Bin ich jetzt eigentlich schon im Sonnen-Tample? Oh, Geister, Mann. Geister, wir sind auch irgendwie... Die haben auch was. Oh, was bist du? Was, was ist das? Interessant. Eine selber eine Münze. Okay. Warum auch nicht? Oh, hier gibt's... ...harte Slowdowns. Was ist hier los? Jetzt geht's mittlerweile wieder. Nee, immer noch nicht. Vielleicht wegen dem Nebel. Nee, hier geht's wieder. Okay. Komisch. Naja. Wird keinen stören. Oh, blöd. So. Sehr, sehr gut getroffen. Nämlich gar nicht. Aber das stört keinen. Und da hat mir schon wieder so ein Ding abgestürzt. Jetzt ist vielleicht... ...weil es so oft passiert, irgendwie, dieses Wiedergeburten-Blah-Lied-Dingens. Okay, das dreht sich. Das hab ich mir fast gedacht. So, und... Ups. Warum ist ja eigentlich ein Friedhof? Das verstehe ich auch nicht. Aber von mir aus kann hier auch ein Friedhof sein. Da ist nichts. Okay, ich hab's geschafft. Das hätt ich nicht gesagt. Das hat geklappt. Dann muss ich hier hoch. Ist hier vielleicht irgendwo ein Gegner? Da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Sehr schön. Mhm. Dreien... Vierundzwanzig leben. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Es könnten aber auch mehr sein, ne? Höhöh. Natürlich. Dopp, 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 dopp. Yo. Ich nehme mich mit. Dich befreie ich und dann gibt es mehr Punkte. Oh, den letzten wieder verpasst. Und da ist der Speicherpunkt. Da ist der Speicher und der Speicherpunkt. Aha, und hier sind Pendel. Ich hätte gerne das Puzzleteil. Machen wir jetzt einfach so. Oh, das war das Vorletzte schon. Ich weiß nicht, war das Level, war das Level, dein Level kurz? Ich weiß nicht. Also, ja, noch sind wir ja nicht durch, das ist mir klar, aber. Ich weiß nicht, war das kurz? Ich glaub schon. Okay, ich brauch dich doch. Geistertyp da. Komm mit mir. Ist das dein Ernst? Ja. Dann komm. Ich weiß trotzdem, was das sein soll, hier. Dieser Geistertyp mit den Flammen. So, und dann... ... hab ich das letzte Puzzleteil. Sehr schön. Schwups. Oh, da sind ein paar Punkte. Ähm. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier hin. Okay. Ich verstehe. Vision 4.1 geschafft. Ja. Sprechen wir ohne, ohne irgendwelche Zwischensequenzen. Das hat doch was. Ob das? Aber ja. Ähm, ich würd sagen, das war's. Ich, ich... Wir gehen jetzt noch mal auf die World Map, ne? Das ist toll, wie das Lied immer länger wird, aber hier ist irgendwie ein grauer Edelstein. Was heißt das nur? Egal, ähm, ich bin hier fertig, also bis zum nächsten Mal.